Dann finanziert die beiden. Was? Ja, mein Geld für Fortnite. Ja, wenn man Fortnite nen Kauf tätig ist, werden die davon bezahlt. Stopp. Ja, natürlich, du zahlst auch auf Fortnite-Steuern und vor allem Steuern wird auch die Polizei bezahlt. Und gerade für eine Mehrwertsteuer weiß ich nicht, aber ne? Lass mal an den Polizisten arbeiten. Du willst batzen auf der Weltwaage. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Ich arbeite auch hier schon als Polizist. Siehst du es denn nicht, guck da. Wieviel verdient die pro Monat? Fag mich doch nicht. Die verdient 200 Ansehen pro Runde. Das muss reichen. 200 Euro am Tag. 200 Ansehen pro Runde. Benutzer im Chat. Oh, danke für die ausführliche Info. Du kannst jetzt wo Skins noch was hinschreiben. Ja, natürlich könnt ihr jetzt etwas in den Chat schreiben. Ich kann ihn auch sperren. Ja, mach mal nicht. Nö. Geh in meinen Mut. Weil das so nett ist. Einfach weg damit. Voll, ich bin so nett. Wir müssen eine Bombe aufrufen. Und kenne ich länger als du. Ich kenne den nicht mal. Als dich meine ich. So. Ich meine länger als dich. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Das ist unsere, die waren Spornpiken. Als die haben gleich alle rausgewandt. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Keine Gegner gesichtet. Hier sind nur ein Haufen. Guck mal. Hier stehen zwei Gegner. Du kannst sagen, keine Gegner gesichtet. Dann laufen da zwei rum. Ja, du musst dich halt auch genau anschauen. Ja, merke ich auch gerade. Hab ich dann auch gemerkt. Die werden alle raus. Ich weiß nicht, reicht in der nächsten Zeit. Was treibst du da? Das kleine Drohnenkind. Okay. Was war das? Ich hätte gerade mal an den Bein geschossen. Warum? Ich lass mal eine Bombe entschärfen. Lass uns einfach reinschleichen. Und eine Bombe entschärfen. Mh, nur Riesenhammer. Genau. Mit dem Hammer. Denn der ist ein Werkzeug. Du bist ein 2-3 tot. Ich hab da mal jemanden umgebracht, der da geschätert. Hab noch jemanden getötet. Noch ein Gegner verbleibend. Und der ist da in der Ecke. Gegner eliminiert. Ich hab gesagt, lass mal Bombe entschärfen, weil ich das zufällig mit entschärfer bekommen hab. Ja. Aber wir haben gefühlt zu zweit das ganze Team ausgelöst. Weil ich glaub, du hast 2 umgebracht und ich 2, ne? Ich hab nur 1. Du hast 3. Du hast 3. Ich hab sogar 3. Ich hab nur 2 bewusst. Du bist Profi. Ich hab 2 bewusst mitgekommen. Weil da stand dahinter noch einer. Aber anscheinend der dahinter hab ich irgendwie auch noch getroffen, als ich den einen anweselt habe. Ja, weil wer hat den letzten? Wir haben insgesamt nur 4. Das hat anscheinend einer verlassen, weil es wurden auch nur 4 Kills gemacht. Guck doch mal genau hin. Es hat keinen anderen Kill gemacht. Ja, das fand ich ja. Wir haben insgesamt nur 4 gemacht, aber eigentlich waren wir ja 5. oder Selbstmord. Hm. Wie gesagt, anscheinend hat einer dann aus dem Gegner-Team verlassen, ne? Hm. Weil wir haben insgesamt nur 4 Leute umgebracht. Also würd ich mal schätzen, einer aus dem Gegner-Team hat das Spiel verlassen oder so. Ja, ich glaub auch. Geht ja nicht anders. Hm. Wer weiß. 2 Kills hat einer gemacht. Mhm. Ich hab das halt nicht so gesagt, weil ich hab den Entschärfer so zufällig bekommen. Mal erst mal Bomben, wir gehen da rein. Da, einer. Ne? Einfach weil man halt tot. Eigentlich auch nur aus Spaß welche Umgeburt auf einmal 3 Kills. Ja, einfach nur so die Leute, die da standen, halt umgebracht, ne? Ich hab den Effizier auch mal eine als solche ausgeschaltet. Ne? 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 Oh, ich bin natürlich gerne weg, ne? 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 Wollte schon immer mal MVP sein, als wenn die jetzt mal so leicht töten lassen, ne? Und wenn sie wieder aufs Fenster gehen, vielleicht lassen die wieder so leicht töten? Ich bin fast umgebracht. Er hat alle umgebracht! Ja. Ich bin einfach nur drauf gegangen. Mich hat keiner getroffen. Oh! So, ne? War ganz gespannt. ja das mal bombe entschärfen ich habe ein schäfer bei weil ich auch noch so wenn ich den platzieren aber sonst noch die gegner auf einmal alle tot schon wieder einer tot wollen wir wieder rein schaffen und alle umdrehen ich bin mal ganz entspannt hier ein bisschen schild ja ich hab jetzt mal den umgebracht der offensichtlich war ich habe den geradeaus erst mal erschossen die ecke habe ich gesehen aber ich habe erst mal den der gefährlich schossen anstatt erwartet er schießt mich ab ja so richtig probiert mal jäger aus mit seinem sturm gewährten du hast voll viele ja ich hatte von anfang an mehr hast du ein päck gekauft aber es gibt im game pass die deluxe edition von wenn du siehst es wurde geupdatet es gibt nicht nur die male es gibt die die habe ich ja später untergeladen aber ich hatte von anfang an so viele warum das spiel gestartet und hatte so viele das ist mir erst aufgefallen dass glern sich bespät hat dass er nur in den prüfen hat und die alle kaufen muss ich besitze die ich habe eine bombe entdeckt die wandsverstärkung ist fast fertig ich habe einen umgebracht bevor er um die ecke kam so richtig unnötig rein das ist bei dem partner magasin wechsel ne mhm der gegenknall hat eine bombe luka nicht jetzt macht euch angriffsbereit was bist du da die sind schon hier die sind schon hier ich habe ihn gesehen aber der hat so richtig dumm in die ecke gepiept ne mhm deswegen bin ich umgebracht f ja wo steht ihr jetzt nachdem man da blind granate geworfen hat dass er heute mal reingespringelt ist nachdem man die geworfen hat mhm oh die haben sich gerade gegenseitig umgebracht toll ja so ist das wenn man so doof hintereinander da reingeht ne ich habe eine ahnung die sind noch zu zweit aber ist nur noch ein gegner ich komme hierzu sie ist alleine gegen den abend der anfang des eigenen trupps verbleibt ne platziert nicht deine dummen dinger bringen den einen typen um die bringe ich dich um der tötet doch bitte den einen gegner das ist dumm durch die gegend zu laufen du bist du in level 1 oder was das war die hat gerade gespielt da war ich sogar mein erstes noch besser weil ich verstehe wie ein shooter funktioniert er guckt sich ihre sachen an liegt die auf dem boden und hebt die an einfach und wieder auf man jungen kann man nicht spielen ich habe es noch alles rausreißen können also muss ja man schon ein bisschen später und setze ich noch weiter gekauft 1 macht schaden die piste die tiago bruno muss ja schon ein bisschen gespielt haben hätten auch wenn man ja die blitz edition ja kann auch sagen ich weiß nicht ob da drin ist aber wie gesagt ja im game pass gibt es inzwischen die deluxe edition ne das haben die abgewertet das ist ja wenn du da gibt es ja auch inzwischen eine deluxe edition ne ne da gibt es nicht mehr die normale da gibt es jetzt auch so eine besondere ethischen von arcken im game pass ich bin erster weil ich mehr punkte habe als ja ich weiß dass du dann gut hier bist du ich bin aber glaub ich immer noch in der runde der mit den meisten geht's ne wenn ich nicht alles täuscht ja man kann ich nicht umbringen ja das hast du freundlich feiern und die wir ja das ist ja jetzt egal aber mit denen haben wir eh nix geschafft jemand ist fertig ja trotzdem sind wir jetzt trotzdem dritt weil der frost auch irgendwie tot ist warum auch immer ne trotzdem scheiße auch wenn sie nur von hohen von der welt fühle mich besser weil wir nicht zu dritt sind und sie hat ein schutzschild oder so ne muss ich einfach den gegner umbringen und dann geht noch ein bisschen noch einen sinn gehabt warum bin ich jetzt eigentlich in diesem raum mit bombe b alleine eingesperrt ne weiß ich das macht mir wie angst ich komm mal raus hier ne wie bei mir hinter mir ich dachte bei dir ne jetzt sind wir noch zu zweit ne ne ja bei mir ist der eine tippe gerade unseren tippen umgebracht hat er ist hier noch irgendwo in der nähe weil ich hier gestorben hier vorne kann es mal aufhören darum zu fahren du dummes ding komm mal her man ich könnte ihn auch headshot schießen wenn er nicht nicht ich habe den kopf gesehen ich habe einfach seinen kopf nicht getroffen richtig und so ne 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 Eben grad waren die aber drinnen bei A, außerdem da lacht schon wieder so ne Drohne, die ich glaub ich beobachte nur auf der Treppe. Nicht so ne Drohne rum. Du auch. Ja mach die auch kaputt. Die wissen die aber wo ich bin. Die wissen die erst nicht so hoch wenn sie das Ding steuern. Das ist ein umgebrachter, das ist so ne zwei. Und die haben Menschen einfach platziert. Die laufen dir hinterher logischerweise. Ja aber klar. Aber auch nur wenn der Beru noch scheiß so war. Da hätten wir den richtigen, da habt ihr auch ein bisschen was kann, hätten wir das noch gewinnen können. Wollt er mit dem Schild? Wir machen jetzt aussehen. Ja. Genug wollen wir auch bei heute. Wir haben verloren. 9 Kills, 3 Kills, 1 Kills, 0, 0. Ja. Ich bin gut dran heute mit meinen 4 Kills, du hast 6. War aber gut dabei. Hä? Bei der Phase Stufe 11. Der erste war eigentlich richtig gut von dir. Ja. Da haben die sich aber auch einfach richtig... Ich hab schon wieder nichts gewonnen. Ähm. Ich glaub das dreht gar nicht wenn man verliert kann das sein. Ja. Nur bei gewonnenen Matches. Aber man kriegt halt größere Chancen. Ja. Hvasst. Ja. igue